Jan Möllenbrink, L.R. Ansgar Sellhorst, Lukas Meier-Tondorf und Joost Tepka haben die Marke Bauernkind gegründet. Die Mode soll das Lebensgefühl vom Land ausdrücken. Foto, Sven Pförtner Urheberrecht Sven Pförtner Kinder aus Bauernfamilien müssen sich immer wieder Sprüche über ihre Herkunft anhören. Studenten aus Göttingen wollen mit einem Modelabel das Wort Bauernkind positiv besetzen. Göttingen D.P.A. Vor gut einem Jahr starteten fünf Göttinger Studenten das Modelabel Bauernkind. Mittlerweile ist die Nachfrage nach Produkten mit dem Namen stark gestiegen. Unser Ziel ist es, dieses Lebensgefühl vom Land auszudrücken und über Landwirtschaft ins Gespräch zu kommen, sagt Lukas Meier-Tondorf, einer der Gründer. Die jungen Männer bestellten zunächst mehrere Pullover, bedruckten sie und richteten eine eigene Website ein. Mittlerweile gibt es nicht nur Bauernkind, Pullover, sondern auch Schürz, Mützen, Strampler und Ähnliches. Wirtschaftliche Interessen standen für die Studenten dabei nicht im Vordergrund. Bauernkind ist vielmehr ein Bekenntnis zu ihren Wurzeln. Wir sind stolz darauf, vom Land zu kommen und Bauernkinder zu sein, sagt Meier-Tondorf. Immer wieder sind Kinder aus landwirtschaftlichen Familien kleineren Hänseleien oder sogar Mobbing ausgesetzt. Anfang des Jahres gaben zum Beispiel bei einer Umfrage im Landfrauenverband Baden-Württemberg mehr als 50% der Teilnehmenden. Prozent des Jahres gaben Sim 하고 diese